Mach ne Faust um den Schlüssel auf dem Weg nach Haus Letztens hab ich mir ein Spray zum Schutz eingekauft Welche Maßnahmen muss ich noch ergreifen, damit ich mich endlich raustraue? Das Problem sind nicht wir, es ist das Scheißsystem, was ein Fick auf die Queers gibt Du kannst es gar nicht glauben, was heutzutage im bunten Berlin die meisten nicht lieben können, wen sie wollen LGBTQ, bespuckt werden gehört noch dazu, wir rufen nach Selbstbestimmung und nach mehr Sichtbarkeit Hört mal zu Ich küsse meine Freundin, er spuckt mir ins Gesicht Du bist Bi, das ist doch nur ne kleine Faso und sonst gar nichts Eklige Frau, hast du kein Rasierer? Er beschimpft mich als Trasse und verfolgt mich immer wieder Glaubst du, das ist das Extrem? Für viele ist es Alltag, ihr seid lesbisch, alter, geil, wie habt ihr Sex? Könnt ihr's uns zeigen? Und dann frag mich noch einmal, warum ist es denn so wichtig, Akzeptanz in der Schule zu unterrichten? Es ist ja kaum zu glauben, was heutzutage im bunten Berlin die meisten nicht leben können, wie sie wollen Transinter und Bi, ist scheißegal, alle können ganz genau sagen, wie es ist, so versteckt zu sein Und traut man sich einmal ans Licht, sind die Blicke nicht alles, was sticht Du kannst es gar nicht glauben, was heutzutage im bunten Berlin die meisten nicht leben können Wie sie wollen, ey, Homo in Bi, scheißegal, welche Kategorie Wir rufen nach Selbstbestimmung und nach mehr Sichtbarkeit Wie noch nie